Schleimi? Schleimi! Boah, ich hab richtig viel von dir gehört. Wo warst du die ganze Zeit? Du hast von mir gehört? Hä? Wer bist du? Braxy, wer ist das? Schleimi, das ist Jimmy. Und ich hab sehr viel von dir erzählt, als du nicht da warst. Und Jimmy, das ist Schleimi. Du weißt ja, der Schleimtyp. Der Schleimtyp? Warte, ich fass dich mal an. Boah, du bist ja voll glibberig. Ja, na klar. Aber hat dir Braxy auch erzählt, dass Braxy mal klaut? Was? Nein, Braxy ist mein bester Freund. Nein, das war nur Spaß. Okay, war nur Spaß. Boah, was macht ihr hier? Ich hab euch grad zufällig gefunden und wollte eigentlich heute zur Schule gehen, weil die fängt ja bald wieder an, wisst ihr? Ja, ich wollte eigentlich Braxy was zeigen bei mir zu Hause. Und wenn du willst, Jimmy, kannst du ja auch mitkommen. Was? Nein, er muss doch nicht mitkommen. Jimmy, du bist noch klein. Nein, wir sind erwachsen. Wir sind Teenager. Vielleicht solltest du zur Schule gehen. Du kannst da mit dir spielen. Ja, Braxy, ich dachte, wir machen auch was alle zusammen, so wie immer mit Odi, Lumi und den ganzen anderen. Ach man, Leute, kommt schon. Ich will auf jeden Fall, ich war noch nie in deinem Haus drin. Bitte gib mir eine Roomtour, komm schon. Also, ich weiß ja nicht. Ja, doch, komm. Ja, Braxy, Braxy, lass ihn mitnehmen, weil er hat doch nichts getan. Auch wenn er klein ist. Hä? Was soll das denn heißen? Leute, habt ihr das gehört? Auch wenn er klein ist? Warum gehen die jetzt auf meine Größe? Die wissen, dass ich nur sechs Jahre alt bin. Das ist echt komisch. Und die spielen dann mit komischen Puppen. Naja, wir gehen mal in Schleimis Haus rein. Ich war da noch nie drin. Oh, wie cool das hier aussieht. Das ist ja alles grün. Also, ich habe euch jetzt beide Geschenke mitgebracht. Das ist hier ganz oben in einer Erwachsenenkiste. Was? Wow, danke, Schleimi. Aber sag nicht, was drin ist. Jimmy, du auch mal? Ja, aber kannst du mir vielleicht helfen? Das ist echt weit oben. Los, Jimmy, du schaffst das. Du bist doch gar nicht so klein, wie du sagst. Hey, nein, ich komme da nicht ran. Das ist... Nein, ich komme da nicht ran. Braxy, kannst du mir nicht helfen? Oh, bist du etwa klein? Na, du weißt, dass ich klein bin. Warum macht ihr euch drüber lustig? Und... Hä, Braxy? Wo ist Jimmy? Ach, da unten. Hey, das ist Jimmy. Oh, ihr seid richtig gemein, Leute. Ich dachte, wir machen heute einen richtig schönen Tag. Okay, okay. Jimmy, es tut mir leid. Guck mal, es ist dunkel und kleine Kinder müssen jetzt schlafen. Oh, du bist richtig gemein. Sag mir wenigstens, was in der Kiste ist. Ich will es wissen. Komm schon. Hm, ich sag's nicht. Nein, natürlich nicht. Ach, jetzt komm schon. Seid nicht so gemein. Nur einmal. Dann könnt ihr auch wieder unter euch sein. Okay, ich gehe dann auch. Weißt du, wenn du groß bist, dann siehst du, was da drin ist. Und dann darfst du es auch behalten. Ja, wenn ich groß bin. Leute, wie soll ich denn groß werden, die Witzbeute? Ich kann doch nicht einfach so schnell wachsen. Oder gibt es hier irgend so ein Wachsserum? Ich sehe jedenfalls keins. Wenn ihr eins seht, schreibt es mir in die Kommentare. Hm, nein, ich kann nicht einfach so wachsen. Kannst du es nicht einfach rausholen und mir zeigen? Oh, Jimmy, geh jetzt nach Hause. Du nervst, du kleiner Zwerg. Es ist schon dunkel und du musst schlafen. Los. Okay, dann gehe ich eben. Aber ich behalte euch im Auge. Und Schleimi, ich habe immer nur Gutes von dir gehört. Aber das war gar nicht nett. Aber naja, vielleicht ist heute einfach nicht dein Tag. Weißt du was? Ich werde mich für die Schule vorbereiten. Wie ein Musterschüler, genau. Macht's gut. Hey, Freunde, das war richtig, richtig uncool von denen. Die haben da einfach Geschenke irgendwo versteckt und richtig weit oben hingetan, damit ich da nicht rankomme. Oh, wie gemein ist das. Was machen die da drüben eigentlich? Schleimi war richtig lange weg, Leute. Der ist jetzt wieder da. Den müsst ihr auf jeden Fall abchecken. Und habt ihr schon gesehen? Die spielen mit so komischen Puppen. Die sind aber kleiner als ich. Also müssen die sich gar nicht über mich lustig machen. Oh, die Fieslinge. Leute, ich muss auf jeden Fall schnell zur Schule. Ich habe mein Mathebuch dabei, mein Deutschbuch und mein Englischbuch. Und, oh, Brexi ist auch schon da. Oh, beeil dich, du Winzling. Oh, hör auf, Brexi. Nur weil du größer bist, heißt das nicht, dass du besser bist. Wir sind derselben Klasse. Merkt ihr das? Habe ich ja nicht gesagt, dass ich besser bin, aber ich bin größer. Kommst du die Stufen überhaupt drauf oder musst du klettern? Du bist richtig gemein. Meine Beine schaffen das gerade so. Aber weißt du was? Hey, du wolltest mir die Tür zumachen. Das ist nicht nett. Hä? Ich wollte sie dir aufhalten, du Doofkopf. Komm schon, der Lehrer ist da. Warum ist Brexi heute so gemein zu mir schon den ganzen Tag über? Auch gestern? Hm, naja, wenigstens ist Schleimi nicht da. Der war nämlich richtig gemein zu mir. So, Herr Lehrer, ich habe meine Ausgaben von gestern gemacht. Hier ist schon mal der Bio und der Mathestoff. Die, die, ja gut, hast du dir auch gemacht, Brexi. Äh, oh, du Blödmann. Was ist denn? Leider hat sie der Hund aufgegessen. Und die Katze hat dann, hat dann... Du hast gar keinen Hund, Brexi. Herr Lehrer, hören Sie etwas? Also, ich höre was, aber ich sehe nichts. Brexi, mach dich nicht über Jimmy lustig, weil er so klein ist. Was? Ah, jetzt fängt der auch schon an. Das kann doch nicht der in ihr Ernst sein. Sogar auf der Schule, Leute. Oh, wenn das die ganze Zeit so weitergeht, muss ich mir irgendwas überlegen. Ähm, ja, was ist denn jetzt mit Brexi und seinen Hausaufgaben? Ich mach da mal ganz kurz, äh, Jimmy, ich mach mal ganz kurz, so. Hä? Dass du dann auch was siehst. Also, das war ja gerade ein bisschen zu hoch. Aber ich hab doch was gesehen. Oh, Mann. Brexi, ist es in Ordnung, dass du heute deine Hausaufgaben nicht gemacht hast? Was? Das passt schon. Was? Dankeschön. Nein, das ist nicht fair. Ich hab fünf Stunden meine Hausaufgaben gemacht extra und hab mit meinem großen Bruder Lumi extra lange drangesessen. Und jetzt machen sie so. Das ist nicht nett. Wofür sind dann die Hausaufgaben da? Naja, um was zu lernen. Und du bist ja noch ein Kleiner und musst viel lernen. Und Brexi ist schon größer. Hm, ich hab schon viel mehr gelernt dazu, weil ich viel größer bin und viel stärker. Oh, Leute. Wenn ihr der Meinung seid, dass der Lehrer recht hat, dann schreibt das mal in die Kommentare. Aber wenn ihr anderer Meinung seid, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Weil das hat doch nichts mit der Größe zu tun. Ihr könnt auch klein sein und einen super intelligenten Held sein. Wer weiß. Also, jedenfalls bin ich der Meinung. Ja, gut. Dann ist das eben so. Wann haben wir eigentlich Pause nochmal, Herr Lehrer? Ähm, naja, die Schule hat gerade erst begonnen. Wir gehen jetzt erstmal runter zum Schwimmunterricht. Schwimmunterricht? Seit wann tun wir denn schwimmen? Na gut. Boah, Leute. Ich war noch nie mit der Unterrichtsklasse schwimmen. Wie cool ist das? Hä, wo findet denn der Unterricht statt? Oh, warte mal. So, kommt mal mit hier in das Haus. Mhm, okay. Ähm, Herr Lehrer, ich glaube, ich kann noch gar nicht so gut schwimmen. Macht das was aus? Ähm, naja. Ja, das macht nichts aus, Jimmy. Nein, nein, nein. Gut. Sehr gut, Leute. Dann macht das schon mal nichts aus. Mhm. Was machen wir denn heute für einen Schwimmunterricht? So, Jimmy, du setzt dich hier hin und guckst jetzt nur Braxy zu, wie er schwimmt. Das kann doch nicht hier ernst sein. Ich beweise Ihnen jetzt, dass ich auch schwimmen kann. Hier, sehen Sie? Jimmy. Oh, 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 ich muss wieder Luft holen. Puh, da, sehen Sie, ich kann schwimmen, habe ich Ihnen noch gesagt. Ich habe schon mein Seepferdchen. Und, oh ja. Hast du etwa Schwimmreifen oder so in deiner Hose? Das sind die Schwimmflügel. Jimmy, setz dich hin. Setz dich hin. Aber das kann doch nicht hier ernst sein. Warum sind denn alle so gemein zu mir, Herr Lehrer? Die gehen die ganze Zeit auf meine Größe und ich finde das gar nicht fair. Ich wünschte, ich wäre super groß Dann würde mich niemand mehr runtermachen Wegen meiner Größe Haben die das gehört? Jimmy, du pass mal auf Ich weiß nicht, wie du dich jetzt hier gerade in dem Ton vergreibst Und was ich dir getan habe Ich bin nur dein Lehrer Das bedeutet für dich Morgen nachsitzen Zwei Stunden Was? Nein, Leute, das ist gar nicht fair Ich muss zwei Stunden nachsitzen Wofür denn? Wann ich meine Meinung geäußert habe? Das ist gar nicht fair Immer gehen die auf die kleinen Leute Das ist immer so Die werden noch sehen Ich werde mir irgendwas überlegen, wer ich riesig werden kann Vielleicht hat Pixi irgendeine Idee oder so Beziehungsweise irgendeine Erfindung Der ist doch Erfinder, Leute Na gut, Herr Lehrer Ich werde dann morgen auf jeden Fall fünf Stunden nachsitzen Wie Sie das wollen Wenn ich groß wäre Müsste ich dann auch fünf Stunden nachsitzen? Natürlich nicht Nachsitzen ist nur für kleine Leute Lass sie aus den Lektionen lernen Ah, aus den Lektionen lernen Verstehe Und die Großen müssen nicht mehr lernen Na, okay Alles klar Wissen Sie, was ist eh schon spät? Ich gehe nach Hause Das war ein richtig harter Tag für mich heute Ähm, ich komme morgen Fürs Nachsitzen Wir werden uns sehen, Herr Lehrer Und Hausaufgaben mitbringen, bitte Ah ja, Hausaufgaben Leute Mein Lehrer ist richtig gemein Und schaut euch Pixi an Der steht da die ganze Zeit nur rum Der hat gar nichts gemacht beim Schwimmunterricht Und kriegt trotzdem eine Eins Schaut ihn euch an Boah, das ist so gemein Wie er da einfach rumsteht Und so tut er zwei anwesend Dabei ist er einfach nur am Handy oder so So ein Fiesling Ich werde nach Hause gehen Das ist mir alles Alles zu bunt heute, Leute Wir müssen jetzt schnell nach Hause gehen Und dann, dann werde ich mir irgendwas überlegen Weil so kann es auf jeden Fall nicht weitergehen Boah, diese Fieslinge immer Da bin ich fast zu Hause Oh, der Weg war echt anstrengend, Leute Aber endlich bin ich zu Hause Hä? Er kommt, er kommt Hä, er kommt Leute, wer kann das sein? Und was steht da denn schon wieder? Mindestgröße 1,50 Meter Jetzt reicht's, Leute Das kann nicht sein, dass sie die ganze Zeit Hä? Das ist doch Schleimi und Pixi da hinten Seht ihr das? Mit den roten Augen Und den schwarzen Augen Das ist doch Pixi Was haben die mit meiner Tür gemacht? Die ist ja voll weit oben Wie soll ich denn jetzt? Ich komm da nicht mehr in mein Haus rein Die kleinen Ekligen Haben einfach Die Tür da hochgetan Jetzt reicht's mir, Leute Dann muss ich eben Durch mein Fenster gehen So Das kann doch nicht der Ernst sein Die haben einfach Die komplette Tür Nach oben gesetzt, Leute Und haben sein Schild hingemacht Mit 1,50 Meter Was machen die da eigentlich? Warte Jimmy? Hä? Warum Warum hast du denn dein Haus kaputt? Oh, Schleimi Ich weiß genau Was hast du hier gebaut? Du warst das Du hast das Schild hingemacht Mit 1,50 Meter Mindestgröße Sei ehrlich Hä? Greg, sie waren gerade Angeln Angeln? Das waren wir nicht Nein, du warst das Schleimi Ich weiß es genau Hier ist auch Hä? Irgendwas Klippriges dran Was Grünes Das kann nur von dir sein Ich meine Ich meine Wieso gehst du denn einfach Nicht durch die Tür? Hä? Ja Du Du Witzbeut Weil ich vielleicht Nicht da hochkomme Weil ich vielleicht 6 Jahre alt bin Und Und nur 1,20 Meter Groß Also die Kinder In deinem Alter Sind auch schon richtig groß Kommt, Schleimi Ja Auf jeden Fall Ein Kopf größer Hä? Wirst du mir sagen Dass Schleimi 6 Jahre alt ist? Das hat er nicht gesagt Aber die anderen Jungs In deinem Alter Ja, die anderen Ist mir doch egal Was mit den anderen ist Ich bin Jimmy Und ich bin 6 Jahre alt Und 1,20 Meter groß Und wenn euch das nicht passt Dann suche ich mir eben Andere Freunde Puh Hm, wisst ihr was? Egal Schleimi Ich muss dir was zeigen Was richtig cool ist Lass Jimmy einfach hier Komm Wir müssen zu meinem Labor Was zeigen? Leute, habt ihr das auch gerade gehört? Was zeigen? Labor? Das hört sich an Als wir uns Eine neue Erfindung Von Prixi ist Boah, dass wir Ich unbedingt wissen Was er da wieder getüftet hat Leute, wir müssen Ein bisschen näher rangehen Der darf uns nicht sehen Ich muss mich hier verstecken Vielleicht ist das die Lösung Für unser Problem Dass wir endlich Genauso groß sind wie die Ich werde ein bisschen Näher rangehen Vielleicht höre ich die schon Was machen wir da Schleimi Schau mal Siehst du diesen roten Knopf? Ich habe echt lange dafür gebraucht Aber wir können uns richtig klein machen Habt ihr das gesehen? Er ist winzig Wir können uns auch groß machen Aber das habe ich noch nicht erforscht Das ist dieser blaue Knopf hier Aber ich probiere den jetzt erstmal noch nicht Weil man weiß ja nie Du weißt doch, wie das immer ist Aber versteckt den bloß vor Jimmy Weil Na ja, dann haben wir keinen Grund Ihn mehr zu ärgern Jetzt reicht Hier in diese Kiste rein Wir machen das also in die Kiste, Leute Ich habe da so eine Idee Hm Leute, aber ich brauche eure Hilfe Wenn ihr jetzt alle abonniert Dann werde ich bei Schleimi einbrechen Und werde mir seinen roten und seinen schwarzen Guck mal, wie klein Schleimi ist Er ist einfach so ein kleiner Pixel da Wie cool Dann werde ich nämlich die beiden Knöpfe mitnehmen Und werde auch richtig groß sein Und wenn die beiden dann klein sind Werde ich die richtig ärgern So wie die mich die ganze Zeit geärgert haben Ich muss nur den richtigen Moment erwarten Wenn beide klein sind Werde ich zuschlagen, Leute Ihr habt doch fleißig abonniert Deswegen werde ich das auf jeden Fall tun Hm So, mal gucken, was sie da machen Schleimi dreht sich die ganze Zeit auf den Stuhl rum Hm Lass uns nach Hause gehen Ich bin müde Nein, 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 nein Hier gehen nach Hause, Leute Verdammt, verdammt, verdammt Okay, das ist für mich Oh Abschließen Perfekt Nein Okay, Schleimi, wir sehen uns Nein, die haben uns geschlossen Oh, die gehen beide nach Hause Wie sollen wir jetzt hin da einbrechen? Ich kann doch nicht mit meinen kleinen Händen Hier die Scheibe kaputt machen Wir brauchen irgendeine Spitzhacke oder so Ich brauche irgendwas Spitzes Hm, wo kann ich was Spitzes herbekommen? Leute, ich muss mich kurz darum kümmern Hm, wartet kurz Leute, ich duse Ich glaube, ich habe gesagt, dass ich bei Schleimi einbreche Na, ich breche doch nicht bei Schleimi ein Der ist neu wieder da Ich breche bei Braxy ein Und ich habe auch jetzt eine Diamantspitzhacke Und damit werde ich jetzt auf jeden Fall meinen Weg reinschaffen So, die haben also die Tür abgeschlossen Oh, die ist echt verriegelt Okay, Braxy Ich weiß, du hast hier ein Alarmsystem Aber wenn ich schnell genug bin Braxy kommt Braxy kommt Wir müssen uns beeilen, Leute Schnell, 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 schnell Und alles rausholen Zack, 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 zack Oh, wir haben es, wir haben es, wir haben es, Leute Timmy Er ist bei mir zu Hause Oh, oh Wir müssen schnell wieder raus Und schnell wieder zu uns rein Ich würde einfach sagen, dass ich hier hinten am Pool bin Äh, Braxy Ich bin hinten im Pool Ich sonne mich gerade Komm doch vorbei, Braxy Na, wie geht es dir? Was machst du? Oh, Timmy, ich wollte mich bei dir entschuldigen Was? Entschuldigen? Für was? Was? Dass, dass ich so, so Sachen gesagt habe Und ich entschuldige mich bei dir Dass du so klein bist Leute, das ist so mies von denen Okay, ich habe seine beiden Knöpfe, Leute Ich werde mich jetzt nicht klein machen Ich werde mich jetzt riesig machen Mal schauen, was Braxy dann sagt Ha! Oh, seht ihr, Leute? Hier ist mein Knopf Wenn ich den drück, dann bin ich riesig Da vorne sind die Ich glaube, die haben gemerkt, dass hier eingebrochen wurde Oh, oh Hier wurde eingebrochen, Schleimi Nein, 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 nein Sollen wir es jetzt schon machen, Leute? Ich weiß nicht Ich glaube, gleich ist der perfekte Moment Mal schauen, was sie da machen Naja, lass uns erst mal klein machen, okay? Okay Und Das ist perfekt, Leute Man sieht die gar nicht mehr, wie klein die sind Eigentlich kann ich die jetzt schon fertig machen Aber wisst ihr was? Einfach nur, um den richtig eins einzudrücken Werde ich jetzt riesig In 3, 2, 1 Leute Ich bin Ich bin so groß wie mein Haus Schaut mal, wie riesig ich bin Wie cool Und ich glaube, ich sehe die gar nicht mehr Seht ihr irgendwo Schleimi und Brexi noch? Also, ich sehe niemanden mehr Das ist sehr merkwürdig Oder wartet Doch Men sieht sie Ich sehe Schleimi und Brexi Wie winzig die sind Hallo Schleimi Brexi Na, schaut mal raus Na, was sagt ihr jetzt? Naja, das liegt nur daran, dass wir klein sind Deswegen sehen wir dich so groß Guck Lass uns wieder groß machen, Schleimi Haha, ja Okay Macht euch mal wieder groß Kommt doch mal raus Na, meine Freunde Wie geht's euch? Sagt ihr immer noch, ich bin zu klein für mein Haus? Jimmy, wieso hast du dich groß gemacht? Na, warum? Weil ich euch jetzt zertrampeln werde Brexi Was habt ihr vor? Ihr könnt nichts machen Ihr seid einfach Winzlinge Und jetzt wisst ihr mal Wie das ist, wenn man die ganze Zeit runtergemacht wird Wegen seiner Größe Das ist nicht witzig Das war alles Brexys Idee Ich meinte Ja, damit der Weil ich war so lange weg Da meinte er so Schleimi, damit du wieder cool bist Ärger mal Jimmy Was? Das hat er gesagt? Oh Brexi Ich dachte, wir sind beste Freunde Und jetzt machst du so? Das ist nicht nett Aber weißt du was, Schleimi? Danke, dass du so ehrlich warst Dafür werde ich dich auf jeden Fall verschonen Aber Brexi Du wirst jetzt von mir zerstampft Dafür musst du mich jetzt mal finden Nein, er ist winzig geworden Leute, was soll ich jetzt machen? Oh nein, 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 nein Vielleicht muss ich Vielleicht muss ich Einfach sein Haus zerschmettern Oh, das wäre auch cool, Leute Oh nein, nein, nein Guck mal Jimmy Das macht voll Spaß Jimmy, komm da runter Wir machen einfach sein Haus platt, Leute Sein Haus hat schon eine richtige Delleb Wie cool das ist Jimmy, bitte Na, dann werd doch genauso groß wie ich Und kämpf mit mir Wenn du, wenn du am Mann genug bist Was sagst du jetzt, Brexi? Dann wirf mir doch den Knopf runter Wenn du dich traust Leute, sollen wir Brexi den Knopf zu werfen Und gegen ihn kämpfen? So, kampf der gigantenmäßig? Das wäre auf jeden Fall lustig Aber noch lustiger wäre das Wenn Schleimi auch groß wird Wartet mal Ich werd mal kurz zu Schleimi gehen Dann werden wir mal eine XXL Gigantenfight machen Ähm, Schleimi Schleimi Ja, großer Jimmy Ja, weißt du was? Ähm, ich und Brexi wollen das in einem In einem In einem In einem In einem Riesenkampf austragen Ähm Willst du mitmachen? Ähm, also so Aber ohne wehtun? Ja, ohne wehtun Genau, wir machen einfach nur Äh, so, so Kräftemessenheit Genau Ja, ja, ja Ich bin dabei Boah, wie cool Okay, ich werd jetzt dir das Blaue geben Moment Boah, Schleimi Boah, du bist ja auch riesig Wie cool das aussieht Boah, du bist Du bist auf jeden Fall Äh, Schleimi Wo bist du? Oh, jetzt geht das schon wieder los Hör auf damit Nein, es war nur Spaß Es tut mir doch leid Weißt du was? Hier, Brexi Ich hab's dir gegeben Nein Jetzt sind alle Großleute Ähm Äh Warte Was hast du da in der Hand? Brexi, das war nicht abgemacht Ich dachte, wir machen Fähren Ähm, wir tragen das Fähre aus Was soll das? Hey Aber, aber du kannst mich nicht treffen Guck mal Du hast einfach Odis Haus getroffen Wie schlecht Haha Du kannst ja Du kannst ja nicht mal ziehen Au Au Aua Aua Okay Weißt du was? Na, wenn du das so haben willst Dann machen wir das eben so Komm her Hä? Ach, Schleimi Ich bin niemals Nein, 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 nein Ich treff Ich hab ihn getroffen, Leute Wie cool Jetzt aber Oh Komm her Boah Leute, ich glaub Ich glaub Das bringt doch alles nichts Wir sollten Wir sollten einfach Auf keine Größe gehen Hä? Was haltet ihr einfach davon? Au Na? Es hat richtig weh getan Ja, das tut weh, ne? Das tut genauso, wenn man die ganze Zeit rute gemacht wird als Winzling Hört endlich auf damit und dann ist Frieden, okay? Hm, okay Hm Ja, komm, es bringt doch gar nichts Wir machen unsere eigene Stadt kaputt Und eigentlich sind wir ja Freunde Eigentlich schon, aber groß sein macht richtig Spaß, Leute Da kann man, da kann man richtig weit sehen Schaut mal, ich seh das Riesenrad Ich seh sogar die Polizeistation Ich seh die Schule Und ich seh, ich seh ganz viele Inseln da drüben Wie cool Aber die Jungs haben recht Naja Ich kann ja nicht mal mehr in mein eigenes Haus reingehen Schaut mal, Leute Ich, ich pass da einfach nicht mehr rein Wenn, dann müsste ich mir einfach ein neues Haus bauen Aber nein, ich mag mein Haus Wisst ihr was? Ihr habt recht Ich werde auch wieder klein Ich glaube, das ist vernünftig Und ich vertraue euch Kein, kein Runtergemache mehr, okay? Ja, versprochen Okay, Leute Ich werde es jetzt machen Auf drei, zwei, eins So, wenn ich jetzt hier drauf drücke, werde ich klein Und zack Das fühlt sich irgendwie komisch an Jimmy Ach man, ich glaube, ich glaube, Leute Die werden es nie verstehen Das hat Spaß Sicher? Ja, Jimmy Okay Also, eines Tages werde ich auch groß sein Und vielleicht können wir dann alle drüber lachen Aber, aber jetzt will ich auf jeden Fall nicht mehr runtergemacht werden, okay? Ich zeig dir auch, was in der Kiste drin ist Ja, yippie Das musst du mir unbedingt noch zeigen Komm schon, das will ich noch sehen Komm schon, komm schon, komm schon Oh, yippie Endlich zeig dir mir, was in der Kiste drin ist Du darfst dir auch was rausnehmen Hm Ja, aber kannst du mir vielleicht helfen dabei? Du weißt, ich bin nicht so groß Na klar, warte Guck mal Ich habe hier jetzt sogar extra Extra eine Leiter mitgenommen Oder so eine kleine Treppe Wie nett Jetzt ganz oben Boah, wie viele Diamantblöcke er hat Ich wusste gar nicht, dass Schleim hier so reich ist, Leute Cool, dass du so viele Diamantblöcke hast Sind die vielleicht von Lumi zufälligerweise? Ähm Du kannst dir welche rausnehmen Ja, okay, wisst ihr was? Ich muss jetzt weg Tschüss Ich muss auch weg Ähm Da ist ganz viel Schnee Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Es hat wirklich über Nacht geschneit, Leute Wie cool ist das denn? Nein, ich kann es nicht glauben Da ist wirklich fast ein Meter hoch Schnee Schaut mal Der ganze Berg ist voll damit Oh, wie cool Ich muss unbedingt in den Schnee und den Schneemann bauen Oder einen Schneeengel Hey, Udi Aua Hör auf damit, Aua Das ist doch Ihr wollt eine Schneeballschlacht? Na wartet Schneeballschlacht Haha, das macht riesen Spaß Habt ihr noch Schneebölle? Ich hab keine mehr Ja, aber dann bewirft du mich doch Ja, du hast recht Aber trotzdem will ich Schneebölle haben Äh, 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 äh Mann, ich brauch eine Schaufel Ey, Leute Habt ihr den ganzen Schnee da drüben gesehen? Der sieht richtig cool aus Richtig cool, Jemmy Aber es ist echt kalt geworden, oder? Ja Aber was haltet ihr davon, wenn wir einen Iglu bauen? Hä? Boah, ich hab gehört In dem Iglu wird es richtig warm Auch wenn es kalt ist Hab ich auch gehört Und vielleicht finden wir so ein kleines Rentier Guck mal, ich hab sogar eins als Deko Haha Hey, hör auf mein Rentier abzuwerfen Mit Schneebellen und Doofkopf Das ist nicht witzig Na schön Wisst ihr was? Ihr holt eure Sachen Und dann treffen wir uns in zwei Minuten hier Und bauen ein Iglu Okay, bis gleich Bis gleich, Braxy Hm, Odi, bist du dabei? Ich hab doch meine Sachen immer dabei Sehr gut, dann warten wir nur noch auf Braxy Haha, let's go So, Leute Schaut mal Perfekt Es ist schon dunkel geworden Das heißt, wir haben die perfekte Zeit Hm, hm Lass uns losgehen Vielleicht Vielleicht finden wir die erhelfenden Elfen oder so Die erhelfenden Elfen? Warum sollen wir die erhelfenden Elfen finden, du Blödmann? Weil die im Schneebiom sind, Leute Und wenn es schneit, dann kommen die Also meistens zumindest Schau mal, ich hab einen Pelz Hm, wo hast du den her? Der ist voll cool Hm, den hab ich mir machen lassen Weil es jetzt kalt wird Boah, mega Ja, Braxy hat recht Im Winter braucht man immer richtig, richtig dicke Sachen Damit man nicht erfriert Schaut mal, hier ist alles voller Schnee Wow Das sieht so cool aus Wollen wir hier unser Zelt aufschlagen? Ja Mhm Und hat jemand Eis? Ich brauche auf jeden Fall Eis zum Iglu bauen Ich hab Eis hier Oh, richtig cool Schaut mal Ich hab schon mein Zelt hier hingetan Sieht echt cool aus Und Brexen Wir brauchen doch keine Zelte, Leute Wir müssen doch ein Iglu bauen Du hast recht Ein Iglu wäre richtig cool Aber wohin sollen wir das bauen? Sollen wir das hierhin bauen? Klar Lass uns doch weiter reingehen Weiter reingehen Wow, schau mal Geschenke Aber hier ist ein Schlitten Warum ist hier ein Weihnachtsschlitten? Der gehört doch dem Weihnachtsmann Weiß ich doch nicht Was hat der denn nur hier geparkt, Leute? Das kann sein Vielleicht ist aber auch irgendeine Falle von Brexen Und der will uns wieder reinlegen Warum denn von mir? Kommt, lasst uns hier unser Iglu bauen Weiß ich nicht, weil du uns schon oft reingelegt hast Aber okay Lass uns das Iglu bauen Ich hab auch ein bisschen Eis dabei So Das sieht schon richtig, richtig gut aus Oha Ein Iglu kann nämlich bis zu 50 Grad aushalten Wusstest du das, Odi? Na klar wusste ich das Das hab ich dir gesagt, du Blödmann Ich weiß Oh, das sieht total cool aus So, jetzt mach ich noch das Dach hier oben Meint ihr, man kann ja auch richtig schön schlafen? Weil ich werd langsam echt müde, Leute Ich brauch ein Lagerfeuer Ich hab ein Lagerfeuer Warte, warte und zack Wow Das Iglu schmilzt Mach's weg, mach's weg Mann Ach man, wir können da kein Feuer reinmachen, Leute Ach ja Hier können wir reinmachen, guck mal Oh cool Du hast recht, du hast das richtig gut hin platziert So können wir jetzt in Ruhe schlafen Da ist der Mond, siehst du den? Ich seh den Mond Jimmy, siehst du ihn auch? Ja, ich seh ihn Oh, das ist voll cool im Freien zu schlafen Vor allem im Winter Oh, das ist ja immer noch Nacht Vielleicht schlafen meine Freunde ja noch Hä? Die schlafen ja gar nicht mehr Wo sind, wo ist Prixi und Odi hin? Prixi, Odi Wo seid ihr hin? Nein, die waren genau hier, Leute Ich hab's doch mit eigenen Augen Was macht denn da so komische Geräusche? Irgendwas ist da hinten, Leute Bei diesen komischen Weihnachtsschlitten Aber was könnte das sein? Hier ist doch nix Hm, komisch Hä? Hä? Wo kommt das her? Hallo? Ist hier jemand? In nix, Leute Waaah! Hä? Ihr seid Rentiere Aua! Hä? Ihr seid zwei Rentiere, Leute Ich hab hier noch nie Rentiere gesehen Seid ihr etwa vom Weihnachtsmann? Hm, komisch Ich kann die nicht verstehen, Leute Aber, äh Hey, hört auf mich zu drängeln Wunschbrunnen Halt auf! Nein! Ah! Mach das Glas auf Äh Ist das denn trainiert? Ich kann die verstehen, Leute Ich muss nur noch nach oben gehen Komm schon, komm schon, komm schon Und zack Ja Seit wann kann ich euch verstehen? Und wieso sind meine Hände so braun? Ist einer von uns Ist Rett Was meint ihr damit? Äh, wartet mal Leute Ich hab ne rote Nase Und Was ist mit meinem Körper passiert? Ich hab genau das gleiche Fell wie die Wo soll das heißen? Ich bin ein R-R-Rentier Du bist ein R-R-Rentier Du bist jetzt einer von uns Einer von euch Aber, aber wo ist denn der Weihnachtsmann? Schließlich ist doch hier der Schlitten von ihm Er muss doch schlafen Aha, im Nordpol Seid ihr etwa gestrandet Und dachtet, dass das dein Nordpol ist? Und seid ihr abgestürzt? Oh nein Ja, leider schon Wir müssen irgendwie wieder zurück Aber wir wissen leider noch nicht wie Ich, ich weiß wie Es gibt den Norden So ein, so ein, so ein Nordpoldorf Da, da, da sollte ich mal den Weihnachtsmann retten Aber, naja Ich hab's so halbwegs hinbekommen Ah, vielleicht, vielleicht schaffe ich das dieses Mal Mhm Ich werd bestimmt den Weihnachtsmann retten Du würdest uns helfen? Ja, natürlich Ich liebe es, von Rentieren adoptiert zu werden Und auch ein Rentier zu sein Haha, guckt mal, wie süß das aussieht, Leute Äh, denke ich Wenn du uns hilfst, zum Weihnachtsmann zurückzukommen Ich bin zu dumm Kopf Guck mich an Ich schau dich an Dann sagen wir dem Weihnachtsmann, dass du artig bist Und Was will du adoptieren? Kriege ich dann extra Und du bekommst richtig viele Geschenke Geschenke Leute, das hört sich doch nach einem super Plan an Ich helfe den Rentieren, dass sie wieder zum Weihnachtsmann finden Und krieg dafür super tolle Geschenke Ich mein, so ein kleines Baby-Rentier Na, ich krieg das schon hin, Leute Ihr seid die Besten Äh, in welche Richtung muss ich nochmal? Norden, oder? Wir sind Nordpol in den Norden, richtig Okay, wenn ihr wollt, könnt ihr mitkommen Wir kriegen das schon hin Oh, der Nase nach Mein Kleiner Der Nase nach Vielleicht leuchtet die ja Wenn, wenn ich den richtigen Weg hab Wir müssen hier runtergehen, Leute Und zum Nordpol Lo Meint ihr, wir sind hier richtig? Das sieht echt krass aus Schaut mal, alles voller Schnee Und da ist sogar ein Bauarbeiter Haha, der sieht voll lustig aus Das sind unsere Arbeiter hier Aber wir müssen irgendwie die Bauteile für unsere Schlitten finden Sonst schreibt der Weihnachtsmann uns an Ja, du hast recht, das wäre nicht gut Ist das auch ein Weihnachtsschlitten hier? Hm, du kannst damit fahren Schau Herrlich? Wow Wir können Wir können aufs Eis fahren Wie cool ist das denn, Leute? Das macht richtig Spaß Aber, aber nein Wir dürfen von der Mission nicht abdriften Hm, das wäre nicht gut Kommt mit Vielleicht ist da was in diesem komischen In diesem komischen Gebäude Warte mal Ich glaub, wir müssen die Wir müssen die Bösewichte treffen Komm schon, weg mit dir, du Blödmann Gib uns den Weihnachtsschlitten zurück Wow, da ist ein richtig Böser Seht ihr den? Wir haben es geschafft Warte mal Wir kriegen was Wir kriegen was Wo ist das? Wir haben Wir haben ein Auto bekannt Auch Sollen wir damit mal fahren? Doch nicht Das ist ein Spielzeug Nein Leute, seid ihr sicher, dass wir hier richtig sind? Wir sind echt schon lang gelaufen Jetzt sind wir wollten eigentlich zum Weihnachtsbaum Ja, aber ich glaub Hier ist ein Rentier gewesen Oder Freund Rentier Und schaut mal, Leute Hier ist alles voller Eis Wer ist denn so fies Und tut ein Rentier einsperren? Das ist voll gemein Wir müssen den Arm retten Hinweise Stimmt Lass uns da mal reinschauen Da ist eine Leine Vielleicht müssen wir den einfach mitnehmen Komm schon, Rentier Ich nehm dich mit Komm nach draußen Hm, der will nicht Vielleicht müssen wir beides aufmachen Komm raus Wow Guck mal Ich hab das Rentier gerettet Ist das gut? Sehr gut, Jimmy So werden wir Weihnachten wirklich retten, oder? Ja, genau So werden wir es retten, Jimmy Los Sehr gut, sehr gut Ich glaub, wenn wir die Die ganzen Da sind so ein Weg Wenn wir den Weg folgen Kommen wir bestimmt zum Weihnachtsmann Lass uns weitergehen hier Also die ganzen bunten Geschenke Die werden uns den Weg leiten Ich glaub, wir waren vorher einfach falsch Bei dieser komischen Stadt Und ich muss auf jeden Fall meine Freunde irgendwann noch finden Wow Das sieht total cool aus Schaut euch das mal an, Leute Wie cool, Leute Wir haben endlich das Weihnachtsdorf gefunden So lange hab ich danach gesucht Und Wow Geschenke Ähm, Leute Ich weiß ja nicht, was ihr macht Aber Der will mich angreifen Der ist voll böse Aua, 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 aua Hast du Hast du ihn fertig gemacht? Ich weiß nicht Das ist echt gefährlich Ihr Runden verzaubert Greif sie an Mann, die sind böse Aua Und die Die tun auch voll weh, Mann Mach ihn weg Den blöden Lebkuchen, Mann Ich wusste gar nicht Ob die Lebkuchenmänner so böse sind, ey Wir müssen alle fertig machen Kommt schon Hier sind noch viel mehr Wir müssen Weihnachten retten Aua Okay Ich glaub, wir haben alle erledigt, oder? Mhm Glaub schon Okay, sehr Nein Doch Ach, Mann Wir sind noch gleich Nein, 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 nein Ich nehm die von hinten Aua Aua Du machst das richtig gut Zusammen sind wir eine richtig gute Rentierfamilie Aber wartet mal Ich glaube Ich glaube, wir kommen der Sache immer näher Das sieht richtig cool aus Vielleicht finden wir auch kleine Pinguine Guck mal Man kann hier Eislitschuh laufen Hä Hey Da ist ein Elf Vielleicht weiß der was Hey, kleiner Elf Kannst du mir vielleicht sagen, wo der Weihnachtsmann ist Und wo wir unsere Reparatursachen für den Schlitten bekommen? Ich kann übersetzen Sehr gut Was sagt der? Ey, warte mal Stimmt das, dass der Weihnachtsmann uns sucht? Mhm Ja Ja, und er weiß, dass Chemie auch da ist? Oh, wie cool Er weiß, dass ich da bin Das ist das beste Weihnachten, was ich jemals hatte Chemie Hm, ja, was ist los? Er ist, hau auf uns Weil wir den Schlitten kaputt gemacht haben Oh nein Dann müssen wir ihn schnell reparieren Kommt, wir müssen weiter Schließlich ist er in der Mitte nicht Los, los, los Alter, los Wir müssen uns vereint Die blöden Lebkuchenbänner sind wieder da Mach sie fertig Die sind überall, Leute Ich glaube, die wollen Weihnachten verhindern oder so Der hat mich angegriffen Das war ganz knapp Ich werde hier noch schauen, ob da jemand ist Hier, weg mit dir, du Blödmann Wo denn, wo denn? Wo bist du? Warte, ich drehe mich um Wo bist du? Da hinten Was ist da? Ich habe hier ein Zuckerstangen Zuckerstangen, Leute Das ist ja mega cool Denkst du, wir können damit die Oha Damit können wir richtig schnell die ganzen Lebkuchenbänner fertig machen Wir müssen den Baum verteidigen, Chemie Genau, den Baum, der muss verteidigt werden Sind da noch mehr Lebkuchenstangen? Hier, bei mir Wo bist du? Wo bist du, kleines Rehmtierchen? Ich bin hier Nein, ich muss ihn finden, Leute Ich muss ihn finden Hinter dir Hinter mir Da war ich doch gerade eben Ich habe da nichts gesehen Oh, das riecht ja auch so lecker Hab dich Da ist einer Fertig Ich werde dich fertig machen, du Blödmann So Wartet mal Da vorne Da vorne ist ein weißes Haus Vielleicht ist das das Haus vom Weihnachtsmann Nein Nicht, wenn wir ganz lieb nachfragen Und schaut mal Außerdem ist er beschäftigt mit den ganzen Lebkuchenmännern Die hier das ganze Weihnachtsdorf einnehmen wollen Die Blödmänner Aua Das hat wehgetan Na schön, ich mach dich fertig So Sagt mal Wie habt ihr eigentlich den Weihnachtsmann kennengelernt? Wir leben hier schon immer, Spinn? Genau Wir wurden hier geboren Oh, das ist voll cool Wird man dann auserwählt als Weihnachtsmann-Tier? Ja Ich wünsche dir auch Ich hätte auch so ein Training Aber für mich ist das hier ein kleines Training Gegen die ganzen Lebkuchenmänner zu kämpfen Schau mal hier Der will reingehen in das Haus Weg mit dir, Blödmann Okay, wir müssen jetzt irgendwie einen Weg hier hoch finden Vielleicht gehe ich einfach nach oben Und vielleicht ist da der Weihnachtsmann und sitzt da Und wird mir dann eine Weihnachtsmann Aber weg ihn nicht Weg ihn nicht, Jimmy Nein, weg ihn nicht Alles gut Oh, Leute Meint ihr wirklich, wir sollen da reingehen? Das steht gefährlich Und die Kekse, die schauen uns an Und zwar nicht nett Baby Wenn du das schaffst Ja Dann müssen wir dich wieder zu den Menschen machen Und der Weihnachtsmann bedankt sich bei dir vielmals Wie cool Vielleicht kann ich dann zum anderen Weihnachtsdorf gehen Aber das sieht echt gefährlich aus Ich werde reingehen Okay, ganz vorsichtig Und Hör? Waaah Hast du gesehen? Die Eistapfen sind runtergefallen Mir muss da richtig Aua, aufpassen Die Höhle ist voll ab Ja, warte Ich schau ja Okay Der hat mich nicht getroffen Wir müssen vorsichtig weitergehen Oh Mann Wir müssen doch Wir müssen doch auf jeden Fall hier durchkommen Komm schon, komm schon, komm schon Schafft ihr das? Aua Ja Okay, sehr gut Geht sie voran Aua, 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 aua Ganz vorsichtig Ganz langsam Warte, ich muss ihn aufschlösen Sehr gut Meint ihr, wenn ich da durchrenne, dann kann ich das schaffen? Probier's Durchrennen Aua Aua, 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 aua Sehr gut, Jimmy Sehr gut Aber da steht noch irgendwas Gingerbread Was ist ein Gingerbread? Das ist ein Glebkuchen Das ist ein Glebkuchen Ich finde aber keine hier Hier ist doch gar nichts Wo sollen denn hier Glebkuchen sein? Das ist wohl Voll Ihr wollt mich wohl hochnehmen Hä? Upsi Komm mit, wir müssen nach oben Ja, okay, ich folge dir Du weißt, wo es lang geht Du bist gut Ich meine, als Rentier hat man auch ein bisschen Verantwortung, wisst ihr? Und das ist gut Weil so kann ich zum Beispiel die Besten Wo denn? Wo bist du? Oh nein, oh nein, oh nein Dem Rentier ist was passiert Leute, wir müssen hinterher Wo bist du? Ich rette dich, ich rette dich Auf der anderen Seite, wo bist du? Komm nach oben Oh nein, 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 nein Ich bin hier, ich bin hier Hier zu viele für uns Oh mein Gott Ihr hattet von Anfang an recht Da sind wirklich ganz viele Gingerbreads Ich glaube, wir sollten die ein für alle Mal erledigen Und, und dann Komm schon Dann haben wir es geschafft Komm schon, alle auf sie drauf Okay, warte Ich werde diese komischen Böller hier werfen Und zack Klappt das? Funktioniert das? Ja, es funktioniert sehr gut Sehr gut, sehr gut, sehr gut, Leute Weg damit, weg damit Weg mit dir Weg, du blöder Du blödes Lebkuchenmännchen Ich mach dich auf Fertig Du wirst nicht Weihnachten aufhalten Das könnt ihr vergessen Aua Okay Soll ich die Kiste aufmachen? Ich weiß nicht Mach auf, Jimmy Mach auf Okay, ich mach auf Warte Auf drei Eins, zwei, drei Da sind diese Christmas Magic Dinger drin Ich glaube, wenn wir die in diese komische Maschine rein tun Dann können wir bestimmt ein cooles Weihnachtsgeschenk holen Dann bin ich hier mit meiner Brunnen Du hast recht Weg mit dir Weg mit dir, du blöden Mann Weg mit dir Hä, was ist mit diesem Brunnen hier? Das sieht voll cool aus Nee Wir müssen wieder in diese komische Fabrik reingehen Wir haben bestimmt irgendwas vergessen da drin Los, kommt Hier hoch Zack Dann gehen wir einmal hier rüber Und hier sind wir vorher reingegangen Okay, sehr gut Jetzt müssen wir nur noch hier nochmal nach draußen gehen Fahr hier vorne, komm mit Mhm Sehr gut, sehr gut, sehr gut Oh Mann, wir retten Weihnachten Wie cool ist das denn? Ja genau, hier war das Okay Dann werde ich die Sachen jetzt da reintun Okay, ich werde nochmal drauf drücken Und zack Wow Oh Mann, ich hatte den schlimmsten Traum ever, Leute Nein Wo sind meine Freunde? Wo sind meine Freunde? Hä? Oh, Plexi ist da Aber wieso ist hier ein Buch? Wartet mal Was steht da drin? Ho, ho, ho Das hast du gut gemacht Aber kannst du zu mir kommen und mich retten? Es geht um Weihnachten Ho, ho, ho Das ist schon Weihnachtsmann, Leute Das muss ich unbedingt Plexi sagen Plexi, du Doofkopf Wach auf Plexi Du kannst morgen schlafen Wach auf Was ist denn los? Wir müssen Weihnachten retten Komm, wir müssen zum Nordpol Ich habe einen Auftrag bekommen Hier, schau mal Hä? Mhm Folg mir einfach Wo? Folg mir, folg mir, folg mir Na ja, ist ja gut Beruhig dich Wo ist Rudi? Weiß ich nicht Der schläft bestimmt noch Aber du bist da Und mit dir werde ich das Abenteuer jetzt schaffen Und dann können wir Weihnachten endlich retten Ich weiß genau, wo das ist Das ist in diese Richtung hier Einfach Richtung Norden Oh Mann, wird das knapp? Komm schon Weihnachten steht auf dem Spiel Los B-b-b-b-b-brexisch Das ist sowieso關el Kriegs Das ist so kalt Achtung, Achtung Schnell weitergehen Wir sollten eigentlich längst im Norden sein Siehst du das auch, was ich sehe, Brexit? Das ist ein helfender Elf? Ja, ein helfender Elf Aua, 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 aua Weg mit ihm, weg mit ihm Mach ihn weg, Prixi Du hast mir das Leben gerettet, danke Aber Prixi, das heißt, wir sind in der Weihnachtsstadt angekommen Oh, heil dich Pass auf, die Eisbären, komm Wir müssen irgendwie da rüber gehen, Leute Ich glaube, da hinten ist eine Eisfläche Dann können wir da einfach rüber springen Meint ihr, wir finden den Weihnachtsmann, Leute? Das wäre richtig cool Ich werde mal kurz reinspringen Und zack Hoch, hoch, hoch Hier, Prixi, wo bist du? Hier drüben, wo bist du? Ich bin gleich an Land Ich habe es gleich geschafft, nur noch ein bisschen Und, komm schon, komm schon, komm schon Ich habe es geschafft, Prixi Sehr gut Da vorne ist ein Eisengolem Aber der sieht komisch aus, Prixi Siehst du den auch? Der sieht aus wie ein Lebkuchen Das ist ein Lebkuchen, Mann Den will ich am liebsten essen Oh, sieht der lecker aus Denkst du, denkst du, der greift mich an? Äh, nein Ich glaube, die sind lieb Solange du ihn nicht Oh, das war knapp, Prixi Das machen wir nicht nochmal Wir lassen den einfach in Ruhe Den Doofkopf Und, äh, lasst fassen den auf jeden Fall nicht an Siehst du das auf? Was ist das denn? Mach das auf Mach das auf, mach das auf Mach das auf Was ist passiert? Ist nichts passiert Ja, du Blödmann Du hast ihn kaputt gemacht Bestimmt hast du ihn falsch aufgemacht Hier sind noch mehr Ich mache ihn auf Und, drei, zwei, eins Was? Wow Wie cool Warte mal Vielleicht finden wir so Hinweise Wo der Weihnachtsmann sein könnte Aber meinst du, wir dürfen die Geschenke öffnen? Ne Kuh Na klar können wir die Geschenke öffnen Wir sind ja hier Gäste Und Gäste dürfen das Hast du Weihnachtsmusik? Haha Egal Wir machen noch einen auf Vielleicht finden wir irgendeinen Hinweis Hä? Wow Hier ist ein Riesenbaum Konigstamm Hm Das sieht lustig aus Aber wir sollten weitergehen Brexie Vielleicht finden wir hier das Weihnachtshaus Vom Weihnachtsmann Du hast recht Wir müssen ihm doch helfen Genau Dazu sind wir da, Leute Denn wir haben die Aufnahme bekommen Von den helfenden Elfen Beim Weihnachtsdorf zu schauen Und unten Den Weihnachtsmann zu retten Beziehungsweise Weihnachten zu retten Und Warte Wen will ich noch aufmachen? Und Zack Hä? Raketen Raketen Wenn denn jetzt eine Lytra Dann könnten wir rumfliegen Haha Hier ist eine Tür Ja Willst du reingehen? Nein, geh du rein Na schön, ich geh rein Hoffentlich Hoffentlich ist da nichts Böses drin Hä? Das ist voll das Mini-Haus Ich glaub, das ist das kleine Haus Von den helfenden Elfen Glaub ich auch, Brexie Wir sollten Oh, es wird schon dunkel Wir sollten uns beeinfronnen Nicht, dass wir Riesenärger bekommen Lass uns mal Lass uns mal zum Weihnachtsmann Da hinten gehen Wow Der sieht ja richtig cool aus Vielleicht ist dort der Weihnachtsmann Du hast recht Bestimmt ist da der Weihnachtsmann Schau mal, komm mal her Wo bist du? Wo bist du? Die helfenden Elfen Aber das sind keine Elfen Die machen hier, glaub ich, Geschenke Die machen hier Das ist Das ist der Ort Wo die ganzen Geschenke hergestellt werden Für die kleinen Kinder Die Geschenkefabrik Oh, die geheime Geschenkefabrik, Leute Was passiert, wenn ich hier drauf drücke? Hast du gehört? Da wird ein Geschenk gemacht Richtig cool Okay, wir sollten die, glaub ich, nicht stören Die machen die Geschenke Und wir retten Weihnachten Wow Ganz viel Kuchen und Schneebälle Komm, wir machen eine Schneeweißschlacht Haha Haha Schneeweißschlacht Schneeweißschlacht Weihnachten ist Und wenn wir nicht den Weihnachtsmann finden Dann wird es kein Weihnachten mehr geben Oh nein Komm schnell Ist voll traurig Aber, aber Leute, wir kriegen das hin Schließlich seid ihr an unserer Seite Und Ah, Creeper Pass auf, Brixi Da ist ein Creeper Wir müssen schnell hier rein Nicht, dass du drauf gehst Ist er noch hinter mir? Ich hab ihn erledigt Ich bin auf der Rückseite vom Weihnachtsmann Ah, da ist eine Spinne Ich muss mal ein Schwert nehmen Blöde Spinne Hau ab Hab sie erledigt Vorsicht, ein Skelett Ich weiß, ich weiß, ich weiß Wir sollten Wir sollten da reingehen, Brixi Wo ist der Eingang von diesem Weihnachtsmann? Weiß ich nicht Ich hab keine Ahnung Vielleicht sollten wir einfach einbrechen da Mhm Das ist eine bessere Idee Ich bin da, pass auf Okay, okay, okay Wo, wo, wo? Aua, 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 aua Die hat mich verzaubert Oh nein Wo bist du? Bleib neben mir Ich bin hier unten Ich bin hier unten, ich bin hier unten, Brixi Alles gut Beweg dich nicht Warum? Beweg dich nicht Ja, ist das Langsam Ganz vorsichtig zu dir Hinter dir Mach sie fertig Ich hab dich gerettet, Brixi Danke, Jimmy Aber wir müssen Ja? Wir müssen jetzt aber den Weihnachtsmann retten Vielleicht kann uns der Golem helfen Golem, wo ist der Weihnachtsmann? Der Eisengolem, wo ist der Weihnachtsmann? Komm, Son Oh Mann, wir sollten mal mit einem Mitarbeiter reden Vielleicht wissen die irgendwas Aber die werden angegriffen Er wird angegriffen Hilf ihm Wir sollten die retten Deswegen wurde wahrscheinlich der Weihnachtsmann attackiert Von den blöden Zombies Weg mit dir Du hast recht Sehr gut, okay Schau mal, der braucht Hilfe Oh, sehr schön, Golem Sehr gut gemacht Ich glaub, deswegen hat er uns hergerufen Ich glaub auch Damit wir die Zombies umbringen Ja, genau Wir sollten hier wirklich alles grundsichern Und, weißt du was? Ich werd mal versuchen, mit einem Dorfbewohner zu reden Vielleicht hat der irgendwelche Informationen hier Okay, los, beeil dich Aber mit welchen können wir reden, Leute? Hier sind welche Hier, ich hab einen Warte, ich rede kurz mit ihm Hallo, euer Dorfbewohner Sie wissen ja, sie arbeiten hier Wo haben sie zuletzt den Weihnachtsmann gesehen? Hallo, der Weihnachtsmann braucht unsere Hilfe Wie, der braucht eure Hilfe? Du musst ihm mehr Informationen geben Komm schon, sag schon Wo hast du ihn zuletzt gesehen? Die Zombies und die Skelette klauen die Geschenke für die Kinder Und wir müssen alle umbringen Aber wir trauen uns nicht Okay, ich verstehe Hast du gehört, Brixi? Diese blöden Zombies und Skelette sind dran schuld Aber keiner weiß, wo er hin ist, der Weihnachtsmann Vielleicht ist er Bringt er die Geschenke in Sicherheit Und wir sollen hier helfen Ja, du hast recht Bis der zurückkommt Du hast recht, weißt du was? Wir schauen uns hier noch ein bisschen um Wir finden hier bestimmt Creeper Wir finden hier bestimmt richtig coole Sachen Oh, weg hier Oh, das war knapp Oh, das war richtig knapp Das hätte auch schief gehen können Äh, warte mal Ich glaub, das ist die Weihnachtsmannschule Cool Oh, wie cool Darum geht's nach oben Willst du nach oben gehen? Ja, lass uns nach oben gehen Wir finden bestimmt Hinweise hier Ja, haben wir hier was gefunden? Nein, das sieht ziemlich leer aus Und bei dir? Hm, ich bin unten geblieben Na schön, da komm ich wieder runter, Brixi Äh, aber das ist echt das Beste Jetzt bin ich oben Du Blödmann Aber das ist das Beste Abenteuer, was wir jemals hatten, oder Brixi? Richtig, aber Mhm Aber wir müssen trotzdem weitermachen Genau, wir müssen weitermachen Und wir finden bestimmt Wir retten bestimmt Weihnachten Eine Million Prozent Warte mal Wenn man hier hochgeht Dann gehen hier alle Eisengolems hoch Da oben ist bestimmt irgendwas Du hast recht Hier muss was sein Hier muss hundert Prozent was sein Bestimmt ist das eigentlich Der eigentliche Weg von Von deinem Haus Boah, siehst du das auch? Boah, ich glaub das ist ein Riesen Ein Riesenweihnachtsbaum Boah, das sieht ja mega aus Bestimmt kriegen wir die besten Geschenke Und da sitzt immer der Weihnachtsmann Aber siehst du, er sitzt nicht da Er ist einfach weg Ich glaub wir werden den Weihnachtsmann nie wiedersehen, Brixi Nein, nein, nein So darfst du nicht reden Ich hab ne Idee Welche, welche? Weihnachten bringt doch immer Wunder, oder? Ja, Weihnachtswunder, na klar Und wenn jetzt alle vielleicht kräftig ein Like dalassen Und den Kanal abonnieren, wenn die es noch nicht gemacht haben Nein, Sto Dann bringt das vielleicht ein Wunder auf sich Du hast recht Leute, ihr habt Brixi gehört Durch meine Milch bin ich groß Nicht wundern Aber ihr müsst uns helfen Vielleicht können wir ein Weihnachtswunder herbeirufen Das wär richtig cool Also abonniert jetzt und hilft uns Und ich mach solange hier noch den Lucky Block auf vom Weihnachtsmann Äh, waaah Oh mein Gott, nein Das ist, das ist gar nicht gut Ich glaub das ganze Weihnachtshaus brennt jetzt ab, Brixi Oh, gut, Blutmann Nein, was machen wir denn jetzt? Ich glaub, ich glaub der wird richtig sauer auf uns sein Aua, 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 aua Das können wir nicht löschen, das können wir nicht löschen Wir müssen uns in Sicherheit begeben Nein, wir können das wirklich nicht mehr löschen Glaubst du, das geht weg? Ah, sehr gut Das ist weggegangen Oh, oh Ich glaube, ich glaube Wir haben ein bisschen Wir haben ein bisschen Unfug angerichtet, Brixi Aua, aua, aua Zombie hinter dir Kill ihn, kill ihn, kill ihn Mach ihn fertig Wir sagen einfach, das waren die Zombies Ja, genau Wir sagen, das waren Zombie Genau Gute Idee Und ich werde nochmal hier einen Block aufmachen Vielleicht macht er das wieder rückgängig Und zack Hä? Hey, Pfeil und Bogen Cool, das kann ich gebrauchen Okay, Brixi, mach auch ein paar Blöcke auf Vielleicht Vielleicht finden wir richtig coole Sachen Die wir zu Hause nicht haben Und Vielleicht hilft uns das, den Weihnachtsmann noch zu retten Mhm Oh, ich hab's fast geschafft, Freunde Oh, das war mega knapp Oh Mann, oh Mann, oh Mann Okay, weißt du was, Brixi Ich glaube Ich glaube, wenn's so weitergeht Dann war's das wirklich Nie wieder Weihnachten Oh Mann Wir müssen die ganze Insel befreien davon Komm schon, wir kriegen das hin Aber wo bist du, Blödmann? Ich bin hier hinten Oha Zombies, Zombies, Zombies Ich geh doch wieder nach unten, Brixi Mach dir keine Sorgen Hä? Oh 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 Das ist ziemlich hoch Die einzige Möglichkeit ist springen Boah, das war richtig knapp, Leute Aber dank eurer Hilfe hab ich's geschafft Ich bin nämlich richtig klug Mhm Obwohl ich jung bin Verdammt Ich, ich versuch mein Glück bei einem Bei einem Bei einem Bei einem kleinen Elfen Vielleicht Vielleicht weiß der ja irgendwas Hallo, kleiner Mann Kannst du mir vielleicht helfen? Ich brauch deine Hilfe Ja, aber wir brauchen auch eure Hilfe Kannst du mir sagen, wo der Weihnachtsmann Wo du ihn zuletzt gesehen hast? Und Vielleicht hat der einen Hinweis gegeben Komm schon, du musst doch irgendwas wissen Ich, ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen kann Mir vertrauen kann? Okay, ich verrate dir meinen Namen Und ich verrate dir, wo ich herkomme Und, und Ich sag auch, wer mein bester Freund ist Also, mein Name ist Jimmy Mein bester Freund ist Brixi Und ich komm von der weiten, weiten Stadt Wo es noch nicht schneit Jimmy? Der Auserwählte? Ja, genau Der Auserwählte Ich hab doch den, 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 den Brief erhalten Und die ganzen Kekse Danke übrigens dafür nochmal Aber Kannst du mir nichts sagen? Der Weihnachtsmann ist Richtung Wohin? Wohin? Sag schon, wohin? Er ist, er ist Richtung End Und er hat mir gesagt Oder uns Dass du dich mit der Obsidian-Familie befreunden musst Wir helfen dir weiter Obsidian-Familie? Das kriege ich hin, Leute Ich, ich finde einen Weg ins End Ich muss nur, ich muss nur weitergehen Brixi, wo bist du? Oh, ich bin unten Sehr gut Wir müssen den End finden Und ich muss mich mit einer Obsidian-Familie irgendwie verbünden Anscheinend wissen die was drüber Und vielleicht finden wir dann den Weihnachtsmann Wir kriegen das schon hin, Brixi Noch gebe ich nicht auf Oh, schnell, schnell, schnell Hier bist du, hinter dir Hä? Wo bist du? Ah, da, los Komm, wir kriegen das hin Aber ich glaube, die Reise muss ich alleine machen, Brixi Okay Ich, ich hole unsere anderen Freunde, okay? Ja, du bist gut Sehr gut Und wenn es geklappt hat Dann haben wir Weihnachten dieses Jahr gerettet Und wenn nicht Dann, dann, dann haben wir Weihnachten nicht gerettet Ja, ich habe noch ein Boot gefunden Du schaffst das Oh, du bist der beste Mann Ah, ich haue ab Ich habe aber nicht geschafft, Leute Ich bin wieder hier bei dem Schnee Ich muss unbedingt mal meine Freunde finden Brixi Brixi, wo bist du nur? Ich habe ihn verloren, Leute Oh, die Brixi Hä? Hä? Nein, das Buch verbrennt gleich Ich, ich, ich weiß nicht, Leute Ich finde hier immer Bücher Ich werde das jetzt lesen, Freunde Ho, ho, ho Du bist ein guter Junge gewesen Du musst aber noch viel für mich erledigen Aber das ein andermal Ho, ho, ho Leute, habt ihr das auch gelesen? Der Weihnachtsmann ist nicht sauer, dass wir ins End gegangen sind Sehr gut, Leute Aber es gibt noch viele weitere Abenteuer, die wahrscheinlich bald kommen werden Nerven Mann, Brixi Was ist denn los mit mir? Lass mich doch einen Tag mal in Ruhe Du hast doch gesagt, ich soll reinkommen, du Blödmann Ja, ich hätte aber nicht erwartet, dass du die ganze Zeit meinen Namen sagst Was machst du überhaupt in meinem Haus? Ich leih mir ein paar Switches von dir aus Tschüss Nein, 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 Brixi Das wirst du Brixi, hör sofort auf damit Das sind meine Lieblings-Switches Die kannst du nicht einfach mitnehmen Doch, das kann ich Mann, ich hab doch ein Haus Das ist doch mein Eigentum, Brixi Du kannst nicht fremdes Eigentum mitnehmen Das macht man nicht Hä? Ich dachte, wir sind Freunde Ja, wir sind auch Freunde Du hättest fragen können, du Blödmann Kann ich sie haben? Danke Leute, habt ihr auch so Freunde, die einfach alles nehmen und sich nie bedanken Und dann einfach bedanken und alles selbstverständlich nehmen Was ist, Brixi? Mann Gebe ich dir so in einem Jahr wieder, okay? Tschüss Der Blödmann Ich mach jetzt meine Hausaufgaben Dabei soll er mich nicht nerven, Leute Ich hab nämlich eigentlich ein ganz sicheres Haus Aber Brixi, der Blödmann, meint die ganze Zeit, er muss hier alles kaputt machen Wenigstens ist er schwebe Oh, was ist denn, Brixi? Ähm, ich, ähm, also ich hab's nicht kaputt gemacht Das war schon kaputt So, Blödmann Ah, Mann, er hat einen Riss gemacht. Seht ihr das auch, Leute? Meine Nintendo Switch ist kaputt. Jetzt kann ich nicht mehr Fortnite spielen wegen dem blöden Mann. Und die neue Lego-Season kam raus. Also es war ein blöd mit dem. Ich muss mir irgendwas überlegen. Habt ihr eine Idee, wie ich das Problem lösen kann? Ich meine, meine Base ist schon richtig gut. Aber vielleicht brauche ich eine sichere Base. Eine unsichtbare Base. Die am besten irgendwo da oben in den Wolken ist. Oder vielleicht sieht die aus wie eine Wolke. Stellt euch mal vor, in meinem Base ist einfach da oben so eine Wolke. Das würde Braxy niemals wissen. Und da kommt der auch nicht hoch. Hm, ich werde ihn mal fragen, Leute. Ob er meine geheime Base finden möchte. Hey, was machst du da? Hä? Wo bist du? Was finde ich von meinem Haus? Ich habe eine Frage an dich. Also, angenommen, ich hätte eine richtig geheime Base. Das ist so eine Base, die man gar nicht finden kann. Mhm. Hm. Und du würdest sie nicht finden. Ähm, was würde ich dafür bekommen? Hm, das schaffst du eh nicht. Außerdem finde ich jede geheime Base. Du bist hier. Ich habe sogar Odis Base gefunden. Äh, Odis Base ist ja auch einfach. Der hat einen Baumhaus. Das weiß doch jeder, Blödmann. Weißt du was? Ich werde eine geheime Base bauen, die super duper geheim ist. Und du wirst sie nie im Leben finden. Hahaha. Und wenn du sie findest, dann kannst du alle meine Schüttes behalten. Und ich gebe dir 5000 Diamanten. Mhm. Wow. Okay. Und ich behalte auch deine geheime Base dann. Äh, Mann. Ja, aber wenn ich die kann, jetzt finde ich mega geheim, du Blödmann. Hä? Gib mir eine Stunde Zeit. Ich baue eine, okay? Okay. Eine Stunde ab jetzt, du Trottel. Ich finde sie sowieso. Los, Leute. Wir müssen uns beeilen. Wo könnte ich eine sichere Base bauen? Oh, Mann. Wo könnte die sein? Sollen die unter der Erde sein oder sollen die über der Erde sein? Ähm, wartet mal. Wenn die über der Erde sein soll, dann lasst ein Like da. Und wenn die unter der Erde sein soll, lasst du schnell ein Abo da. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Die Mehrheit entscheidet. Hä? Liken. Abo. Abo. Liken. Okay, wir bauen die über den Wolken. Haha. Ihr habt recht, Leute. Das wird richtig cool. Wir bauen die genauso hoch. Und dann wird Brexit denken, das ist eine Wolke. Wie die Wolke. Die sieht ziemlich komisch aus. Ich mach die einfach hier hin. Egal. Ich werde mich kurz hocharbeiten. Am besten mit Schnee oder so. Und dann machen wir nämlich meine Base komplett weiß. Und machen so Fenster rein. Das wird richtig cool. Ich hab ganz vergessen, Leute. Haha. Ich hab euch das gar nicht gezeigt. Aber ich hab richtig coole, coole Barrieren hier. Das sind so unsichtbare Blöcke. Und wenn man die nimmt, dann kann man sich eine unsichtbare Base bauen. Und die werde ich alle mitnehmen, Leute. Zack, zack, zack. So. Und jetzt müssen wir nur noch eine geeignete Location dafür finden. Ich glaube, ich hab da auch schon was. Das wird Brexit niemals herausfinden. Und zwar hab ich da schon angefangen, Leute. Schaut mal hier. Ich hab hier das Ganze markiert mit so Schneeblöcken. Und jetzt kann ich einfach... Wups. Haha. Hier kann ich einfach weiterbauen, Leute. Das ist voll cool. So. Hier geht's nach oben. Zack. Oh, das sieht richtig cool aus. Und jetzt muss ich das nur noch an den Seiten hier hin machen. So. Und zack. Jetzt hab ich schon ein bisschen ne Treppe, Leute. Aber das ist echt richtig schwierig. Äh. Guckt mal, Leute. Ich bin einfach in der Luft. Haha. Das wird Brexit nie im Leben herausfinden. Wir müssen nur aufpassen, dass der Doof von uns nicht findet. Ich seh nämlich... Der ist da hinten in seinem Zuhause. Okay. Wir müssen uns beeilen, Leute. Das kann ein bisschen dauern. Aber ich krieg das hin. Einmal hier. Einmal hier. Und dann wieder. So. Hier muss natürlich das auch noch an die Seite hin. So. Und dann muss das so hin. Zack. 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 Haha. Die Treppe wird immer höher und höher. Meint ihr, dass Brexit das herausfindet? Ich glaub da nicht dran. Das kann doch er niemals herausfinden. Stell dir mal vor. Er sieht uns da in der Luft. Dann denkt er, wir sind Gott oder so. Hä? Hä? Oh. Hä? Ich muss mich verstecken. Ich muss... Ich muss auf Odis Dach. Hä? Sehr gut. Okay. Ich hab mich auf Odis Dach versteckt. Wo ist da? Da gehört man hin. Hä? Wo könnte er seine geheime Base gebaut haben? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, Leute. Ich glaub er geht zu Odis Baumhaus oder so. Sieht ihr ihn irgendwo? Oh nein, er ist in der Mitte. Oh. Bei Lumi. 100 Prozent. Haha. Er denkt, dass ich bei Lumi die Base baue. Nie im Leben würde ich die da bauen. Lumi's Base ist doch gar nicht geheim. Ich weiß, dass der einen geheimen Keller hat. Schaut ihn euch an. Er denkt, ich hab bei Lumi die Base gebaut. Ich denke mal, da können wir Getrofs weiterbauen, Leute. Dann würde er gar nicht denken, dass hier eine unsichtbare Treppe ist, oder? Wo ist der hin? Oh nein, er kommt, er kommt, er kommt. Ich muss mich verstecken. Ich baue mir einfach so eine unsichtbare Wand hin. So. Das wird er eh nicht jetzt erkennen. Haha. Okay, warte mal. Er geht zu Odis Baumhaus. Oh oh. Leute, ich glaub... Warum könnte er sein? Zum Glück hab ich die unsichtbare Wand gebaut. Hätte ich die nicht gebaut, würde er mich jetzt nämlich sehen, Leute. Hahaha. Hä? Vorsichtig, vorsichtig, Leute. Vorsichtig. Nicht, dass der uns sieht, der Blödmann. Haha. Er ist runtergefallen. Oh Mann, okay. Ich glaub, der kann auf jeden Fall beschäftigt sein. Ich würd sagen, wir bauen einfach weiter. Schaut mal, Leute. Man kann schon richtig weit hochgehen. Zack, 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 zack. So. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Oha. Wir haben ja schon echt richtig viel gebaut, Leute. So. Dann geht's einmal hier hoch. Dann einmal hier hin. So. Und dann einmal so. Zack, nach oben. Und dann geht's hier nach oben. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns gleich, wenn ich gleich in den Wolken bin. Haha. Bis gleich. Okay, Leute. Haha. Meine unsichtbare Treppe ist fertig. Jetzt müssen wir ganz vorsichtig da hochlaufen. Und ich hab schon ein bisschen was gebaut. Leute, vielleicht könnt ihr es erkennen. Aber Stückchen für Stückchen geht's immer weiter nach oben. Oh. Hä? Da ist Brixi, der Blödmann. Der fährt unter uns. Haha. Er findet uns immer noch nicht. Der wird uns nie im Leben finden, der Blödmann. Oh, Mann. Wir müssen jetzt ganz vorsichtig weiter geradeaus laufen. Oh. Wir sind schon richtig hoch bei den Wolken, Leute. Schaut mal. Hä? Da sind richtig viele Wolken. Oh. Wir haben fast den Horizont erreicht. Und da unten fährt der immer noch rum. Der sucht uns immer noch. Mann. Das wird der nie im Leben schaffen. Okay. Wir müssen jetzt hier hochgehen, Leute. Da fängt nämlich der Spaß erst richtig an. Denn über den Wolken soll die Freiheit wohl grenzenlos sein. Hahaha. Kennt ihr das? Auf jeden Fall müsst ihr jetzt mit der Leiter hier hochgehen. Zack, zack, zack. Und da beginnt auch schon meine neue super geheime Base. Wow. Schaut mal, Leute, wie cool das aussieht. Von unten denkt man, das ist einfach nur eine Wolke. Aber wenn der Brixi wüsste, dass das einfach nur meine Wolke ist, beziehungsweise meine Base, würde er richtig ausrasten. Ich hab doch noch Glas, Leute. Cool. Dann können wir nämlich hier so mit Glas ein bisschen bauen. Dann können wir da immer runterschauen. Hä? Wer ruft mich denn jetzt da an, Leute? Äh, ja, hallo? Hey, Mann, wo bist du? Der Empfang ist schlecht, Brixi. Ich kann grad nicht. Genau. Du hast noch 30 Minuten und ich werde dich finden. 30 Minuten, oh, Leute. Habt ihr das gehört? Wir haben nur noch 30 Minuten. Und wir haben die Base noch nicht mehr fertig gemacht. Ist gut, Blödmann. Tschüss. Los, 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 los. Wir müssen die Base fertig bauen, Leute. Oh, Mann, das könnte richtig knapp werden. Am Ende gewinnt Brixi noch die Challenge. Das wäre gar nicht gut. Gut, okay, hier schön rüber. Zack. Dann machen wir das so. Und dann machen wir hier wieder Glas. Und dann kann man da runtergucken. Guck mal, ich kann Odis und Lumis Haus anschauen. Okay, und auf der Seite machen wir das auch. Hier so schön rüber. Zack. Und dann machen wir natürlich noch hier, dass das wie so eine richtige Wolke aussieht. Weil ihr wisst, Freunde, Wolken haben verschiedene Farben. Nicht nur weiß. Die können auch schwarz und blau sein. Und manchmal sind die auch gefährlich, Leute. Wenn es donnaht, sollte man lieber nach Hause gehen. Das ist wichtig. Okay, wir müssen hier noch an den Seiten das Ganze machen. Und wir müssen hier noch ein bisschen Glas hinmachen. Und dann sind wir fast fertig, Leute. Haha, easy win, würde ich mal sagen. Boah, das sieht schon richtig, richtig cool aus. Und voila, Leute. Meine Base ist schon fast fertig. Schaut euch mal das an. Ich habe hier sogar richtig coole Winterdrohnen hingemacht. Und ich werde hier jetzt noch ein schönes Gemälde hinmachen. Was ist das denn? Das sieht aus wie ein Käse. Hahaha, das ist aber ein cooles Portal. Und ich habe noch eine coole Wäschetrommel. So, die kommt da rein. Dann kann ich nämlich immer meine Wasche waschen. Und das Highlight ist natürlich hier diese ganzen Gläser. Da kann man immer runterschauen. Ach, ich habe doch noch Rudolf dabei. Stimmt, den kann ich auch noch hierhin platzieren. Cool. Und die Kameras tun immer dafür Sorge tragen, dass hier alles sicher ist. Und ich habe, glaube ich, noch eine andere Idee. Wartet mal. Wir können die Wolle hier wegmachen. So, und dann kann man nämlich hier runtergehen. Oder ich mache das Ganze mit einer Portal Gun. Wo kann ich aber das Portal hinmachen? Ich kann vielleicht hier das Portal hinmachen. So, und jetzt müssen wir einmal zu mir nach Hause gehen. Wir müssen aber aufpassen, dass Plexi da blöd man uns nicht sieht. Wow, da geht es ja voll tief nach unten. Oh, Mann. Okay, das war knapp, Leute. Und jetzt einfach nur nach unten gehen. Zack, 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 zack. Nicht runterfallen. Und aufpassen, dass uns Plexi nicht findet. So, und dann können wir nämlich da unten schon ein anderes Portal hinmachen. Und können immer von unserer unsichtbaren Base einfach von unserem Haus reingehen. Wie cool ist das denn? So, wir müssen nur unsere Tür aufmachen. Und dann machen wir am besten das Portal im Keller hin. Nicht, dass der Blödmann das sofort findet. Ich weiß, dass der nämlich jeden Winkel umdrehen wird dafür. Und zack, Leute. Schaut euch das mal an. Man kann jetzt einfach in meine Base reinschauen. Boah, wie cool. Und ich muss auch gar nicht mehr die unsichtbaren Treppen raufgehen. Schaut mal, ich kann sogar sehen, ob da jemand ist. Hallo? Ist da jemand? Hm, nee. Da ist niemand. Hoho, das ist mega cool. Ich kann jetzt einfach... Schwuppdiwupps bin ich in meiner Wolkenbase. Und ich will wieder in meinen Keller gehen. Schwuppdiwupps gehe ich hier wieder in meinen Keller rein. Ich würde mal sagen, die Zelt ist fast abgelaufen. Deswegen verstecke ich mich einfach hier oben, Leute. Ich kann sogar jetzt eigentlich die ganzen Leitern wegmachen. Stimmt, das ist eine gute Idee. Ich mache die Leitern weg, dann findet der Blödmann ich sowieso nie. So, alle wegmachen, alle wegmachen, alle wegmachen. Hoho, das ist einfach eine ganz normale Wolke da oben. Hoho, Mann. Braxy wird das niemals herausfinden. Schaut mal, wie cool das aussieht. Das ist eine ganz normale... Hä? Wohing, guckst du denn da hin? Hey, Braxy. Sag mal, ich wollte schauen, ob wir heute die Sterne stehen. Aber, oh Mann, heute kommen keine Kometen. Die Zeit ist abgelaufen. Was? So schnell? Oh Mann. Egal. Okay, du findest meine Base eh nicht, du Blödmann. Also, du kannst... Egal, wo suchen. Du wirst nichts finden. Also, ich kann dir höchstens sagen, wärmer oder kälter. Und da, wo du gerade hinläufst, ist kalt. Und hier? Ja, da ist es auch kälter. Ja, kalt. Hä? Und hier drüben? Auch kalt. Weißt du was, Braxy? Ich komm später. Ich muss kurz was erledigen. Ja, tschüss. Okay, tschüss. Warte, ich werde von oben einfach Braxy beobachten, ob der meine Base findet. So, ich mach hier zu. Weil er wird eh hier reinschauen bei mir. Und jetzt muss ich aufpassen. Hoffentlich hat er mich nicht gesehen. Runtergehen, runtergehen, runtergehen. Und schwuppdiwupp sind wir in meiner Base drin. Können wir jetzt Braxy von hier oben sehen? Warte mal, da ist Udis Haus. Und da läuft er wirklich rum. Guckt ihn euch an. Der findet eh nichts, der Blödmann. Oh Mann, oh Mann. Hä? Hat der was gefunden? Nein, der hat noch nichts gefunden, Leute. Der hat nicht mehr viel Zeit. Nur noch so ein paar Minuten. Jimmy! Oh Mann, irgendwie tut er mir leid. Wartet mal. Ich werde wieder nach Hause gehen. So, nach oben, nach oben, nach oben. Äh, Braxy! Ich bin zu Hause. Was willst du? Ich hab das Gefühl, dass deine Base... Ja, wo könnte die sein? Bei dir ist. Hier ist nichts, du Blödmann. Du kannst hier alles schauen. Da ist nichts. Okay, dann geh ich mal in den Keller. Ja, da. Warum willst du denn nach oben gehen? Da sieht es viel cooler aus. Ich wette mir, du traust dich gar nicht, weil du Ölangst hast. Genau. Mann, wo ist deine blöde Base? Er darf nicht in den Keller gehen, sonst findet er die. Kann ich dir nicht sagen. Du hast nur noch zwei Minuten, sonst kriegst du gar nichts. Haha. Mann, das ist gemein. Okay, du hast gesagt, dass es hier wärmer ist. Ja, genau. Hm, da ist es wärmer. Aber hier ist doch nichts. Hm, doch. Oh, das ist richtig, richtig heiß, Braxy. Und nochmal heiß. Vielleicht hier unten. Oh nein, du Blödmann. Ich kann dir sagen, ich hab nix da unten in der Erde verbuddelt. Hm, gar nix. Aber vielleicht solltest du mal ein bisschen den Himmel anschauen. Genau. Oh, das ist schon richtig guter Typ. Nein, ich hab keine Lust auf Sterne beobachten. Hm, dein Problem. Mehr kann ich dir nicht sagen. Haha. Ich muss jetzt aber auch wieder los, Braxy. Viel Spaß noch. Äh, du hast nur noch eine Minute Zeit. Das weißt du, ne? Oh, das ist gemein. Nö, du kannst schon mal die Diamanten fertig machen für mich. Bis später. Oho, wir haben safe gewonnen, Leute. Braxy kann ja auch meine geheime Base bauen, aber die werde ich eh sofort finden. Ich würde sagen, Leute, wir gehen nochmal kurz in meine Base rein und gucken, was der Blumenkopf da unten so anstellt. So, runtergehen, runtergehen, runtergehen. Habe ich die Tür zugemacht? Ich glaube schon, Leute. Genau, ich habe die Tür eh zugemacht. Und voila, Leute, wir sind wieder da. Hoffentlich geht der jetzt nicht in mein Zuhause oder so. Das wäre gar nicht gut, aber glaube ich nicht, Leute. Wo ist der Blödmann? Ist er bei Lumi? Nein, der ist bei Udi. Hä? Der ist bei Udi. Das ist eigentlich richtig nah an diesen Treppel da. Was macht der da in meinem Haus? Hä? Nein, eine Wolke versperrt die Sicht, Leute. Ich muss genauer anschauen. Soll ich zurückgehen? Soll ich zurückgehen? Ich weiß es nicht. Leute, ich kann in meinen Keller reinschauen. Ist da irgendjemand? Nein, in meinem Keller ist noch niemand. Oh mein Gott, was ist, wenn er jetzt in meinen Keller reingeht? Brixi, wie bist du in deinem Keller? Da ist Brixi. Seht ihr Brixi? Oh mein Gott, nein, 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 nein. Was ist, wenn er uns gleich mal versteckt findet? Dann war es das. Ich werde mich einfach hier irgendwo verstecken. Hinter einer Weihnachtstruhe, genau. Wenn der Blödmann jetzt hier reinkommt, dann... Drei, zwei, eins. Gewonnen! Haha, die Zeit ist abgelaufen. Der kann jetzt sowieso hier reinkommen. Die Zeit ist eh abgelaufen. Brixi! Hä? Oh, bist du? Hey, Brixi! Hä? Haha, guck mal! Wo warst du? Mann, ich muss dir was zeigen. Komm einfach mit. Hä? Was ist das denn? Das ist meine geile Base. Die war die ganze Zeit in den Wolken. Du hast eine Wolkenbase gebaut? Ja, habe ich dir doch gesagt. Du wolltest ja nicht in die Wolken schauen, du Blödmann. Wie cool ist das denn? Denkst du, dass man die nachbauen kann? Die werde ich sowas von nachbauen. Ich werde mir dein Video hundertmal anschauen, bis ich das nachgebaut habe. Das kriegst du eh nicht hin. Wir können ja um hundert Diamanten wetten. Guck mal, ich habe die ganze Zeit gesehen, was du da unten gemacht hast. Und du hast es nicht einmal herausgefunden. Edge. Wie cool. Weißt du was, Jimmy? Was denn? Nein! Wo ist deine Base? Haha, du Blödmann. Ich bin nicht gestorben. Aber meint ihr, dass Brixi auch eine geheime Base hat? Wir müssen unbedingt Brixis geheime Base finden. Aber die ist bestimmt irgendwo, wo kein Schnee ist, Leute. Ich habe eine Idee. Ich werde einfach Brixis geheime Base jetzt finden. Wo könnt ihr die sein, Leute? Wo könnt ihr die sein? Hm. Wo könnt ihr Brixi eine geheime Base haben? Hier war doch immer ein Parcours. Vielleicht hat er die da hinten versteckt. Leute, wir müssen mal schauen, ob wir irgendwo eine geheime Base finden. Und was hat Brixi überhaupt in der geheime Base versteckt alles? Der hat da bestimmt richtig coole Sachen drin. Schaut den Himmel an. Was macht der Doofkopf da? Wartet mal. Lass uns mal lauschen. Vielleicht sagt er irgendwas. So. Oh. Das wird niemand herausfinden. Haha. Das ist so gut. Hm. Das wird niemand herausfinden. Das werden wir ja jetzt sehen. Leute, wir sind der Sache richtig gut auf den Fersen. Wenn es so weiter geht, lüften wir alle Geheimnisse von ihm. Aber eigentlich wollte ich gar nicht Brixis Geheimnisse lüften. Aber wenn wir eins finden, ist es auch gut. Hey. Was hat er da versteckt? Das macht er mit Absicht, damit er einen Wegpunkt hat. Okay, Leute. Er hat hier eine Schaufel hingelegt. Und hier ist irgendwie Erde. So. Ich mache die Erde. Hä? Hier ist ein Passwort drin. Oh nein. Wie könnte denn das Passwort sein, Leute? Ich weiß nicht, wie das Passwort ist. Wir müssen lauschen, Leute. Und vielleicht kommen wir später nochmal hier hin. Mhm. Aber der ist hier irgendwo lang gegangen. Wo ist Brixi lang, Leute? Oh, hier geht es richtig weit runter. Meint ihr, wir sollen in dem Wasser da reingehen? Okay, ihr habt recht. Geronimo. Boah. Oh, das war... Das ist kalt. Das ist kalt, Leute. Wir müssen in die Richtung gehen. Da vorne muss er irgendwo sein. Da vorne ist er. Darf wir uns jetzt nicht sehen, Leute. Das ist ganz, ganz wichtig. Und warum... Warum war da eine Kiste mit einem Code? Und wie lautet der Code? Fragen über Fragen, Leute. Mann, ich hatte in dem Video noch nie so viele Fragen. Aber keine Sorge, Leute. Da ist irgendwas gelbes. Schaut mal. Und... Was macht denn Brixi da? Warum ist da ein gelber Block? Was macht hier Brixi? Leute, wa... Hä? Hä? Brixi kann in der Luft liegen. Nein. Aber... Ist das etwa... Wartet mal. Ist das etwa ein Haus? Hä? Leute. Das sieht aus wie ein Haus. Das sieht aus wie so eine geheime Base von Brixi. Oh, wie cool. Das meint er also mit unsichtbar und sichtbar. Aber warum macht Brixi da so ein riesen Geheimnis draus? Das ist doch nicht schlimm. Oh, wir müssen uns verstecken, wenn ich das herkomme. Und wir wissen immer noch nicht, was mit den Zeilen ist. Diese geheime und sichtbare Base ist nur eine Falle. Eigentlich ist das wahre hier. Aber... Leute. Er ist einfach durch den Stein gegangen. Brixi hat noch eine geheime Base. In einer geheimen Base. Warte mal. Wir müssen auf jeden Fall schauen, wo das hingeht. Oh. Er wird, glaube ich, fast rausgekommen. Ich habe Angst, Leute. Was macht denn Brixi da? Was macht Brixi da? Wo geht der? Er ist da nach unten gegangen. Leute. Und der grüne Block ist die Antwort. Das ist nämlich der Eingang, Leute. Aber da unten ist doch gar nichts. Hier ist einfach nur so ein komischer Krater. Warum ist da eine Kamera, Leute? Hm. Das ist sehr mysteriös. Aber hier ist anscheinend auf jeden Fall ein Haus. Und hier kann man schlafen. Oh, wie süß. Brixi hat sogar sein eigenes Setup hier oben. Okay. Wir müssen definitiv runtergehen. Und... Irgendwo ist Brixi hier lang. Hey, Co. Weißt du, wo Brixi lang ist? Hast du vielleicht eine Idee? Er ist hier irgendwo reingegangen, Leute. Das war hier. Nein. Das war hier. Nein. Das war hier. Oh, mein Gott. Das ist hier wirklich ein Geheimweg. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Da ist Brixi. Da ist Brixi. Wir müssen uns verstecken, Leute. Verstecken, verstecken, verstecken. Irgendwo hier, hier, hier. Okay. Sehr gut. Oh, mein unsichtbarer Anzug ist fertig. Was? Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass mein Passwort 121 ist. 121? Leute, das ist das Passwort zu dieser komischen Kiste. Ah, okay, ich will auf jeden Fall auch dieses Geheimnis lüften. Aber was weiter mit komischem, unsichtbaren Anzug? Das geht doch gar nicht. Unsichtbar. Na, na, na. Damit werde ich die Diamanten von Jimmy klauen. Und sogar die Diamanten von Odi. Und keiner weiß, dass ich es war. Das ist nicht dein Ernst. Er will mir die Diamanten klauen. Oh, Mann. Er hat aber noch den doofen Anzug an. Hm, nein, 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 nein. Okay, das ist unsere Chance, Leute. Braxy ist nach oben gegangen. Da oben ist er, Leute. Seht ihr das? Er ist wirklich wie ein Geist. Hm, hm. Aber was ist das hier für ein Labor? Das sieht voll gruselig aus. Ich wusste gar nicht, dass Braxy so eine geheime Base hat. Wenn ihr das wusstet, Leute, dann lasst auf jeden Fall einen Like da. Hm, hm. Aber wo ist der unsichtbare Anzug? Ich sehe ihn nicht. Wo kann der denn sein? Hier ist Spider-Man. Hier ist Captain America. Und was ist das für eine komische grüne Substanz da hinten? Na, hey, wartet mal. Hier ist wirklich was. Hier ist wirklich ein Anzug. Boah. Das, das muss ich auf jeden Fall auch anziehen, Leute. Das ist super cool. Braxy hat richtig viele Anzüge hier. Hä? Das ist ja voll cool. Okay, ich ziehe ihn an für euch in 3, 2, 1 und zack. Wie cool sehe ich denn aus? Ich bin unsichtbar. Oh nein, nein, ich höre was pfeifen. Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Ich habe doch hier jemanden gehört. Ich kann schwören, hier war jemand. Oh, das war krank. Er ist fast in mich reingelaufen, Leute. Oh, was macht der denn, der Doofkopf? Was macht er hier unten? Oh nein, oh nein, oh nein. Nicht, dass ihr die Überwachungskameras checkt oder so. Aber wir sind unsichtbar. Haha, jetzt haben wir den Spieß umgedreht. Jetzt kommen wir vom Braxy nämlich Sachen. Und seine geheime Base kennt jetzt auch jeder. Boah, ich werde definitiv nach oben gehen. Oh nein, ich muss noch... Ich, ich, ich muss doch zu seiner geheimen Kiste gehen. Oh nein, bleibt auf jeden Fall dran, Leute. Weil jetzt lüften wir das Geheimnis von der Kiste. Wie kann man hier raus, Leute? Okay, es wird doch schon wieder hell. Und nein, 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 nein. Braxy will zu dieser eigenen Kiste dahin gehen. Wir müssen uns beeilen, Leute. Was macht der Dummkopf da? Das ist hier ein Parcours, oder was? Boah, wie cool. Okay, die Kiste war auf jeden Fall da oben, Leute. Und da müssen wir auch hin. Boah, Leute, das war richtig knapp. Aber wir sind jetzt hier oben. Und... Oh, oh. Nein, 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 nein. Braxy ist wieder... Braxy ist wieder in seiner Kiste. Oh, das Passwort war... Wie war nochmal das doofe Passwort, Leute? Mann, das war irgendwas mit 1 und 2. Nein, 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 nein. Er geht wieder, er geht wieder, er geht wieder. Okay, das ist unsere Chance, Leute. Ich hab noch die Schaufel. Ja, ja, Braxy, geh du nur weg. Hm. Wir machen jetzt das auf. 1, 2, 1, 2. Oh, nein. Das ist nicht sein Ernst. Braxy hat hier die ganzen geklauten Diamanten, Leute. Oh, mein Gott. Ich werd mir auf jeden Fall ganz, ganz viele Diamanten mitnehmen. Und werd das austauschen. Gegen die anderen Sachen, die brauch ich eh nicht mehr. Dann kann Braxy nämlich mit Eiern hantieren. Aha. Freunde, ich hab keine Ahnung, was in dem Geheimbuch drin steht. Aber ich werd jetzt liften. Goldschatz im Tresor. Oh. Ich wusste, Braxy ist eigentlich super reich, Leute. Oh, ich werd das sowas von Braxy alles sagen. Ich werd ihn jetzt einfach pranken, Leute. Haha. Ich werd jetzt überall Diamanten bei mir hin platzieren. Und dann, wenn Braxy mich fragt, woher ich die ganzen Diamanten hab, werd ich sagen, Lumi hat die mir geschenkt. Genau. So, wir fangen mal an, Leute. Unser ganzes Haus aus Diamant zu machen. Oh, das wird mega cool. Okay, aber am besten ziehen wir den unsichtbaren Anzug aus. Mhm. Weil sonst weiß Braxy, dass wir bei seiner Base waren. Und das wär gar nicht gut, Leute. Ich zieh ihn kurz aus. Bis gleich. Boah. Wie cool. Ich mach hier draußen einfach eine neue Fassade von dem Haus. Schaut mal. Wir haben hier alles mit Diamanten gemacht. Ich glaub, wir sind der reichste Spieler in unserer Minecraft-Stadt. Upsi. Ähm, hey, Braxy. Was geht? Hi. Ja, ich tu grad mein Haus renovieren. Wow. Ja. Hast du so viele Diamanten mehr? Ähm, Braxy, die hat mir Lumi geschenkt. Ist er nicht ein Ehrenmann? Boah. Oh, Mann. Hätt ich nur so viele Diamanten. Das wär so cool. Ja. Wie viel hast du denn, Braxy? Du sagst immer, du hast gar keine. Hab keine mehr. Hab nur noch Goldbarren. Aber so viele Diamanten, das wär echt ein Traum. Ja. Weißt du was? Ich schenk dir, äh, drei Stacks. Hier. Kannst du behalten. Haha. Ähm, ich, äh, danke schön. Ja. Kein Problem. Jetzt hab ich endlich wieder Diamanten. Ähm. Oh, wie cool. Ja, Braxy. Sag mal. Kennst du zufällig, äh, in dieser Richtung eine Kiste? Mh, mh, nö. Mh, mh, mh. Richtig lustig. Auf drei. Eins, zwei, drei. Das sind alles deine Diamanten. Ich hab deine komische, unsichtbare Base gefunden. Und deinen unsichtbaren Anzug. Haha. Jimmy, du hast in mein Buch reingeschaut. Na, warte. Ey, aber nur einmal, Braxy. Und du, du hast von mir Diamanten geklaut, du Dummkopf. Das macht man nicht. Freunde machen sowas nicht. Das ist auch nicht fair. Aber Freunde gucken auch nicht in geheime Bücher rein. Mh, ja, das mag schon sein. Aber du hast es mir echt nicht schwer gemacht, Braxy. Warum hast du mir nicht erzählt, dass du eine geheime Base hast? Mh, da du jetzt weißt, dass ich eine geheime Base hab, muss ich dich leider... Nein, nein. Hey, Braxy, wir können über alles reden. Ich werd's nicht Odi sagen. Ich werd's auch nicht. Okay, okay. Dann komm her und versprich's mir. Ja, ich versprich's dir, Braxy. Lass mich... Ey, du bist gemein, Braxy. Ich werd deine ganzen Diamanten überall einfach hin platzieren. Dann soll die jeder einfach klauen, du Doofkopf. Hier, alles voller Diamanten machen. Hahahaha. Lass meine Diamanten in Ruhe. Deine doofen Diamanten. Ich verschenke die einfach. Auf, sonst kriegt das jeder mit. Lass es rein. Leute, wusstet ihr, dass Braxy von einem Diamanten geklaut hat? Okay, 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 okay. Ja. Okay, ich hör auf. Besser ist es, Mann. Das tut weh, Braxy. Weißt du was? Wir haben beide ein bisschen, naja, Mist gebaut. Schwamm drüber, okay? Du sagst nix und ich sag nix. Und die Diamanten machen mir 50-50, ja? Hm, warum soll ich mit dir 50-50 machen? Warte, ich soll uns dein Geheimnis erzählen. Und zwar jedem. Und die Diamanten weiterhin platzieren. La, 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 la. Nein, nein, nein. 50-50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, du doof Kopf. Oder 60-40, das wäre auch toll. Nein, das wäre unfair. Ja, okay, du hast recht. Das macht man nicht. Wir sind immer noch Freunde. Braxy, hier hast du deine ganzen Diamanten wieder. Hier, ich gebe sie dir. Ich will dein Haus haben. Aber warum mein Haus? Hey, das ist mein Haus. Raus, raus, raus. Okay, okay, ich gehe ja raus. Hier, das ist ab jetzt dein Haus. Ähm, Braxy, ich bin jetzt obdachlos. Irgendwie ist das voll traurig. Sieh zu, dass du ihn wieder klein machst, du Dussel. Ja, das ist dein Labor, Braxy. Wie soll ich ihn denn klein machen? Das ist dein kleiner Bruder. Mein Labor, deine Schuld. Du bist mir gerade keine große Hilfe, Braxy. Ja, mir ist es egal. Er hat dein Haus. Hm, nein, Braxy hat recht, Leute. Ja, er hat wirklich mein Haus. Und, hey, der hat, der hat, der hat ein anderes Bett da reingetan. Weil er so groß ist, Leute. Kleiner Bruder, willst du vielleicht Diamanten haben, ha? Oh, Dias. Dias, willst du vielleicht einen neuen PC kaufen, ha? Alles meine Dias. Leute, ich muss ihn irgendwie da reinlocken. Junge, genau, kleiner Bruder, schön mir folgen. Ich habe ja noch den Schlüssel, Leute, sehr gut. Komm rein, kleiner Bruder. Hm, hm. Hä? Dias. Ja, aber was ist denn? Warum kommst du nicht? Gib mir Dias. Einen kriegst du schon mal. Komm rein, hier sind die Nächsten. Was? Hier, kriegst du noch einen. Ich komm nicht rein. Geh durch das große Fenster hier. Dias. Leute, ich habe Angst, ich habe Angst, Braxy. Wie weit bist du? Hast du schon es erledigt? Er zerstört es. Nein. 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 Nicht kaputt machen. Nein, kleiner Bruder, nicht kaputt machen. Nicht auf mir ein PC. Nein. Was sollen wir denn jetzt machen, Braxy? Wir sind völlig auf uns alleine gestellt. Nein, 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 nein. Der kleine Bruder geht zum Technikland. Was macht der denn da, Leute? Ich habe Angst, dass er irgendwas kaputt macht oder so. Leute, wir müssen jetzt wirklich alle zusammenhalten. Das kann ganz, ganz, ganz schlimm ausgehen. Braxy, was ist denn da vor? Baby, Braxy, rein. Nein, 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 nein. Hey, kleiner Bruder, sag mal, willst du hier rein? Ja, rein. Ich lasse dich ja rein. Hier, bitteschön. Aber such dir nur eine Sache aus. Ich habe nur 60 Diamanten dabei. Nein, 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 nein. Hey, mach das nicht kaputt. Wir kriegen Ärger. Ich habe gesagt, du sollst auf ihn aufpassen. Ich will ja auf ihn aufpassen, aber er macht alles kaputt und er ist richtig groß. Ich habe voll ganz voll. Ja, Bruder, hör auf damit, sonst kommst du noch ins Gefängnis. Ah, hör auf damit, genau. Aber alles schlecht. Na schön, okay. Du kannst hier alles mitnehmen, was du willst, aber mach hier nichts kaputt, okay? Aber alles schlecht. Oh, nein. Wie sieht es aus? Hast du ein bisschen... Und weißt du was? Du bist immer noch ein Freund von mir. Du bist einfach der beste, Braxy. Braxy, du bist der beste Wissenschaftler, den ich kenne. Okay. Wenn ihr auch mein Geheimnis von Braxy sehen wollt, dann verpasst nie kein Video. Denn dann könnt ihr abonnieren, Freunde. Und checkt auf jeden Fall die anderen Videos ab. Checkt meinen Freund Braxy ab. Der ist super mega reich. Und wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Bis zum nächsten Video, Freunde. Tschüss, euer Jimmy.